Wie gesagt, nicht einfach anschreiben oder so. Ich bin ein AFK. Bis später. Wie sie ins gesamte Spiel einbauen konnten, oder? Hast du eine Goldaxt? Jep! Ich habe noch gar keine Spitzhacke gemacht. Ja, ich sammle auf meine Diamantenaxt. Hast du schon wieder Freunde gefunden, oder was? Guck mal, Charlie, ich komme hoch. Oh, da sind schon Strukturen. Hier war schon Bevölkerung. Wer konnte das wohl sein? Ähm, ja, wir machen noch weiter bei unserer Planetenumrundung. Blup! Blup! Okay, glaube ich noch nichts. Oh, hier gibt es fremdes Leben. Oh nein, das ist wieder diese... Diese, ähm... Ja, hier, wo man alles mögliche einsammeln kann. Aber so ein paar Kisten... ...gefällt mir. Hier? Ähm... Ich proben wir es noch ein bisschen... Hier. Ah! 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 Oh, da unten ist... Einer, der sieht sehr interessant aus. Also es scheinen nur ein paar Tiere hier zu sein. Eine Fackel. So, ich mache mal hier noch ein bisschen Erkundungsreise nach unten. Da einmal, dann setzen wir hier noch eine Fackel. Hm... Da wird doch sicherlich was drin sein für mich. Bomben? Du, 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 du... Du, 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 du... Hast du hier dein Zelte her, oder? Nö. Nö. War ja noch gar nichts mehr. So, hier einmal rein. Ja, wir machen einen auf Tomb Raider hier. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich bin einfach in ein Loch runtergefallen. Und ich lebe noch so halb. Oh, da hinten ist auch das letzte Einhorn irgendwie in grün. Der natürlich gleich auch Hallo sagen möchte. Bodyslam. So, da eine Runde nach unten. Na, mischt natürlich das Licht, ob es gemacht. Oh, da ist auch noch mal einer von deinen Freunden. Aber die Waffe, die du mir da gegeben hast, die ist eigentlich echt nicht schlecht. Da geht sogar noch weiter in der... Die findest du halt. Ja. Aber so fürs Erste, nicht schlecht. So, mach mal die Türe hier auf. Wieso kann ich die Türe hier nicht aufmachen? So geht sie auf. Oh, ich muss den ganzen Schrott nachher erstmal wahrscheinlich wegwerfen. Ich habe jetzt so viel Gruscht hier gesammelt. Ich bin irgendwie in einer Höhle gelandet. Ich sehe nichts. Hast du keine Fackeln mehr? Oh, ich habe noch Fackeln schon dabei. So ist es nicht. Aber ich sehe trotzdem nichts. Gott. So. Und ich habe natürlich keine mehr mit dabei. Ich mache mir mal ein paar Torches nochmal. 83. Das müsste eine Weile lang. Okay. Da unten ist gar nichts mehr. So, da noch ein bisschen was abbauen. Oh. Eine Kiste. Oh. Eine Kiste. Eine Kiste. Mit. Mit. Was? Dual Blade Blocker. Dual Blade Blocker. Ein Schild mit 100 Hertz. Geht's nicht? So. Ähm. Ich will hier einmal durchgehen. Und ich glaube jetzt können wir langsam den Ausgang wieder suchen. Da noch ein bisschen einpacken. Noch ein paar Wundenkisten. So. Und ich glaube langsam. Geht es noch mit äh. Reparieren mit der rechten Taste oder? Was reparieren? Äh. Die Axt reparieren. Wo willst du die reparieren? Ja, früher war es so, dass man die direkt reparieren konnte. Ja, früher. Heute kannst du sie nicht mehr reparieren. Oh, echt? Ja. Was ist denn das für eine coole Funktion, wenn ich STLG drücke und in die Richtung? Kannst, äh, zoomen. Ja. Okay, ich habe hier gerade äh. Ja. Und ich kriege einen Anruf. Ähm. Ja. Ja. Dann danke ich euch vielmals für die Folge. Und ja. Wir sehen uns in unserer nächsten Runde. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.